Außerdem läuft dann ja auch das mit den ganzen Tieren weiter und so, wenn da einer gerade am Babys machen war. Da hat man früher mal auf Beam spekuliert, wenn da mal ein Server hochgefahren hat oder irgendwas zu machen. Weil die Fortschritte so durchgebrannt. Schildkröten bekommt man nur auf 96 Prozent. Ja, das ist doch trotzdem gut. Ja, ich wollte es nur sagen. Ich musste zweimal printen, also 20 Minuten. Weiblich? Ja, es war nicht die Schildkröte. Ach, ich wollte es doch filmen. War es direkt rauskommen? Ziemlich, ja. Ich habe nur einmal gefällt, habe erst in dem Cubater nicht angestellt. Gute alte Dope-Höhle, ey. Welches Target? Also, so bist du, Pole. Der Dope, sind wir dann oder warten da oder was passiert? Cry, Alter. Cry legst ja richtig mit den neuen Leuten an. Oh, das Target ist angewählt. Echt? Von euch. Ja. Okay. Mach's vorbei. Alarm! Alarm! Da zähmt ihr nur ein Giga, MP. Wer? 150er Giga! Wer? Machen! 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 Ich komm grad. Ich bin grad durch Stargate. Wart, wart noch auf Chris! Ich kann nicht, ich kann nicht. Coupshaum hat 2. Polnanny, verliert. Das darf nicht, wo ich da war, weil ich Gap hab. Hallo? Haltet die davon ab. Was machen wir jetzt? Wir dürfen viele, das aber nicht diesen Gigaprägen. 150. Alter, einfach ein Max. Polnanny, wo ist denn der? Direkt auf der offenen Fläche. Wenn du beim 66,15 am Stargate auffuckst, die haben wir halt auch einen Drecks, ne? Ich schlaf die Tore einmal raus und dann? Dann links. Links! Kann gleich mal einer kurz nen Schildkröten-Sattel machen? Das war Elika in meiner Schildkröten, ich glaub. Ja. Jopp. Chris, mach langsam. Du willst ja nicht g'si, darauf vorhin. Ja, ich seh's schon. Ich seh die Bucht. Du siehst schon, gut, dann hab ich dich g'si... Das Problem ist, ich hab noch eine Rakete, Alter. Du hast schon reingeballert. Ja, aber es reicht, glaub ich, nicht. Ich hab, ich kann Betäubungsgranaten... Hallo? Hallo? Ich brauch mal Elika. Hast du keine Rakete? Ich bin schon lange nicht dabei, hier. Nee. Das wirst du. Hm? Ich weiß schon, dass du, wenn du mich jetzt allein lässt, dass ich wieder zurückkommt. Chris, wo ist es? Ich bin schon ganz lange weg von dir. Nein, ich hab dich noch gesehen. Wenn du rausgehst, kommt irgendwann die Bucht. Ich weiß gar nicht, wo du ihn gerammt bist. Hinter dich hab dich schon gefällt. Gut, dann musst du in der Nähe. Ich zieh die Giga. Was soll ich machen? Rauchschießen, dass der Giga... Ja, ich hab nur Sniper. Du muss ich jetzt hin? Sag mal halt. Versuch, Leute wegzusniper, halt davon ab, aufzuschießen. Oh, da bist du. Oh, wir haben gerade Kaunpon-Po-Battle, Alter. Ah, Mikoraptor. Das ist halt so schnell mit deinem Kack-Wolf, ne? Wir haben halt auch einen Rex da. Ja, Rex ist egal, den kann ich gleich mit dem Rock hier runterballern. Ich komm jetzt. Ich bin auch hinter dir. Na ja, Torpo hat das auf jeden Fall schon wieder verloren wie Sau. Lauf! Alter, deren Wölfe machen brutal Damage. Ich kann, ich kann noch nicht herkommen. Das ist ne Zucht. Das merkt man schon. Warte, Maschetto. Renn auf mich zu. Also ich würde zumindest mein selber noch gerne fertig machen, dann würde ich gleich mit dem gehen. Ähm, ist jetzt eigentlich einer mit Hall wieder kloppen gegangen? Ja. Wie ist das da bitte? Ja, ja. Riechen wir anwählen? Oh, die sind mit zwei Rexen hier mittlerweile. Oh, Schetto. Ich feed kurz die Katze. In Notfall. Warte, bis er in der Hand ist und dann mit vier, fünf Leuten Kompon Bow wegballer. Er hat nur 17k HP. Ich helf dir, Bole. Hauptsache die kriegen den nicht. Du hast den Notfall. Kannst Samina mehr? Kannst Samina mehr? Warte, ich hau nicht. Haut ab. Da ist noch ein Stompieß. Acht euch Kampan dallah. Bist ihr nicht da vorne direkt. Warte, das ist noch ein Stompil? Da ist noch ein Stompil. Alter. Wir brauchen ja nur... Stark Polen. Wir haben so viel... Ähm, Spark Powder. Hab da einen Spieler getroffen. Aber richtig schön mit der Rakete. Da kommt der zweite Rex. Was will der machen gegen mich? Er ist zu langsam Ah, ist er zu langsam Ich is deren Best Die wollen halt den 150er Giga haben, ne? Ja, das sind die, die ich gesagt hab mit der großen Welt Lass mal eiskalt schreiben, 150er Giga Ja, ja, komm Lass den Chat schreiben Dann kommen alle hin, dann kriegen die den auf keinen Fall, Impi Irgendwer kriegt ihn aber Der stärkste Zeug wird ihn sich holen Dann hat King Dem ihn, das bringt uns nix Ja Im Wald Was im Wald, wo bin ich? Rex Oh, da sind sie Ah, ich seh dich Versteck dich Siehst du sie? Kralo, mein Name ist Olga, kommt mit mir Wollt ihr mit mir spielen? Jetzt rauf Ich hab dem ein, zwei Schüsse gegeben Ich will spielen mit euch Schießt die Giga-Tore weg Dann kommt der Giga raus und feist den Dinger weg Den Verrator Der in Rexe weg Schießt die Tore beim Giga weg Bin dabei Ein Schuss noch Oh, da laufen jetzt auch ein Rex hinterher Oh Was? Hey Der Ekligen Kleidball Können die Raketen mal schon mal machen in der Base Sag mal, ich bin durch Ja, laufen schon durch Der Rexreiter ist betäubt Jetzt ist er betäubt Abschießen Los, mach ne Kalt, mach ne Kalt, Jason Äh, ja Ach, Saber ist nicht ganz 100% egal Ja, das Problem ist, mein Saber hatte halt noch 700 Leben Nein Ich hab ne Nachkommnett, oder? Könnt das nicht schnell XP Ja, ich hab ne Nachkommnett drauf gehofft, weg da Das war ich Hallo? 150 ist Max-Level, oder? Der ist eingeschlafen hier Jason, hasch! Nee, hab ich nicht, der hat grad irgendwer Mach einen, mach einen, mein Ausch Mach meinen gekillt, Jungs Nice Schau, schau in den Inventar, die haben auf jeden Fall eine Raketen Ja, hab ich Benutz die Raketen Ich hab auch einen Ich hab Niki getötet Nice, zwei tot Weiter, weiter Gas geben Und dann die Tore wegschießen und den Giga wegpullen Ich hab den Giga auf mich jetzt akkur, ich Da ist ne größere Spalte, ich versuch den grad Was? Ist da frei? Da kommt der Rino, Jungs Dammit schon Ach fuck, ey, ich hätt mich besser verstecken sollen Shit Bist tot Ja Mein hat aber eh keine Rockies, das nur Snipo und das auch nicht mehr viel Ja, okay, klar Ich versuch jetzt auch irgendwie wegzukommen, weil ich bin auch halt tot Jetzt geht doch nicht alle weg Jetzt geht doch nicht alle weg Sonst hab ich den Giga gekregen Ich bin mal ein bisschen weiter weg Oh Gott, was der mir alles so gegeben hat Okay Und ne blaue Arm raus Aber zwei von denen hab ich jetzt getötet Ist das Horror-Crew, die den Giga versucht zu tammen? Ja Wir haben direkt da drüber irre Die Frage kommt nach Teaming, was bedeutet, dass da noch ein zweites Tribe mitmischt Wir waren da zuerst am mitmischen Wir waren da zuerst am mitmischen Wir waren da zuerst am mitmischen Ja, ändert nix daran, welches Tribe-Mission noch mit? Nix Alter, Alter Also, ich hab noch keinen anderen Tribe gesehen Könnt ihr mal irgendwas schnell kraften? Tooled Money oder so Und ähm Ey, zum Glück bin ich unten rumgegangen Na, ich hab schon überlegt, ob ich da oben rumgehen soll bei der Base Bin ich hier grad alleine, oder? Fählchen, kannst du Tooled Money anwerfen? Was steht da oben? So wen ja willst du wahrscheinlich Äh, Enten kannst du da Tooled Money anwerfen Ignorier ans Kämpfen weiter Okay, los Ey, bekomm mal, ich will bisschen leveln vorher kurz Wow, wenn ich einen Raketen mehr vergabt hätte, hätte die schon so lang weggeknechtet, Alter Ich hab einen, ich hab einen Polis, er hat aber was vor Giga ist raus, ich hab den Giga rausgeloggt Nice, 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 nice Ich hab ihn genau in eine Spalte reingeloggt, wo es zu groß war Zum Stargate, zum Stargate Ja, ich versuch's, der ist halt brutal schnell, ne? Er folgt mir, er folgt mir Wir haben unsere Farben Nix Alle schreien Ich hab nur die und uns gesehen Open PvP TIAA verdient Oh, shit Oh, shit Oh, shit Der mag ich hier mal Beastmaster ist also dabei Oh, da ist der Giga Ja, ja Zum Stargate, loggen uns zum Stargate Conny, ich bin zu langsam Alter, ho, was ist das? Das Problem ist Ja, ich versuch's auch, aber das Problem ist Äh, das blöde Dino Er kriegt nicht mehr gleichzeitig zusammen Ja, das sehe ich halt Ja, bissl hektisch, bissl, bissl Ja, ja Ich hab' im Themengericht grad wieder hingerannt Ja, ich hab' den Ja, ich hab' den Ja, ich hab' den Tür rein und dann links Ah, Mensch, ich muss doch zum Kibbeltisch, was schlaß'n du mich? Ich muss doch raus Da stehst du mir im Weg Oh Oh, shit Ente gegen Imperator Die Ente ist stark Heute Abend, live auf Prost Ja, ich hab' den Berg Gleich nach der Werbung Ja, ich hab' den Berg Wir sind bei, wenn ich jetzt nicht mehr richtig ist Ja, passt Ähm, 73, 24 Loll Ich war diesmal schon durch Starget durch, da war's noch gar nicht richtig angewählt Da kam erst noch der Sound bei mir Das ist der Starget, der angewählt wird Ja, ich hab' grad noch 300 Leben, sorry Okay Wo ist er denn jetzt? In Richtung Starget oder Richtung Torhammer? Der ist grad wieder neben Tiki, der läuft die ganze Zeit weg, es nervt so hart Ja, aber bist doch dafür bitte, wenn ich gleich durch Starget gesprungen komme, ne, dass ich nicht sofort von dem Giga zerbissen werde Ja, da ist nicht, ich bin noch grade durch Was? Und wenn, dann stell dein Arc of Low Memory, dann kannst du instant spielen Ja, hab' ich jetzt nicht gemacht Weil ich reconnecte jetzt nicht das Sword bei mir immer ne, halbe Ewigkeit And you failed, würde ich dazu mal sagen Hm, wo genau bist du grad, dass ich auch zu dir kommen kann? Das Problem ist halt eine riesen Fläche, ne, wir müssen jetzt irgendwie in den Wald kriegen, irgendwie Ups Guck mal, was ich habe Ich weiß nicht, was du hörst, aber ich bin am Feeden Okay Da sind deren Rechse Wo? Und deren Tericino Behalten mal bitte den Ankylo im Au-, äh, den Giga-Maurer Und der Rhino Das Rhino Die Kammer, äh, Ankylo, mit dem Giga verwechseln Das war grad das, keine Ahnung Ja, ganz nicht, ich bin grad Ja, Chris läuft da noch erstmal zu Du, ich bin eine Brina Ballerina Direkt bekommen Ja eben Ich bin kein ARC-Spieler, ich bin Prima Ballerina Die kommen auch mit Tericino Die kommen mit dem Tericino, kommt Chris, ja, müssen Ist gleich hier oben Echt? Ist Tericino schnell, äh, schnell oder langsam? Ja Wenn's langsam bist du ja auf deinem Abkopf Der Giga-Maurerina auch Oh oh Da oben ist er, okay Ist das Rhino? Okay, jetzt bin ich gleich tot Ja mein Problem ist, ich hab generell noch Half-Life Warum bist du gleich tot? Guck, dass du wegkommst Ja, ich bin dabei Oh fucks, Terry verfolgt mich Mich, äh, das ist Rhino Bei mir war der Wolf dann gerade Ist das Stahl dann? Geh grad so durch die Bäume, dass es immer wieder hängt, oh Gott, dann ich Ja, ich auch Ich mach's gleich mit dem Terry Ich geh jetzt kurz noch mit beim Giga gucken und dann geh ich Poli holen danach direkt Danke Also ich komm wahrscheinlich dann Du, seist hier nach unten auf der Fläche Ja, ja Ja, ich bau mit Und dann Richtung Schneegebiet ein bisschen Aber hinterstellst du schon Elektronik her? Schon die ganze Zeit, aber langsam gehen die Perlen aus Ich dachte, es wurden welche gebracht Ja, die gehen aus Doch, klar Achso, du warst schon hier, okay Ich hab das verfolgt mich, hab ich kein Sender mehr Das gleiche Problem hatte ich auch gerade Äh, s- Äh, 66, 15, ne? Ja, hm Wir sind Also ich hab mich immer gefragt Ich hab ja mal in einem Video von Horror Crew geschaut Ich hab mich immer gefragt, wie viel die, also, wie die so viel Zement bekommen Aber jetzt weiß ich, hier in deren Space wollen ja Unmengen an Wo ist denn der, wo ist denn der Giga jetzt, Alter? Wo ist denn der Giga jetzt, Alter? Gibt es? Mh, beim, über dem Klippe drüber hab ich ihn gelockt Das war ich dann Weil ich hab die grad ein bisschen abgelenkt, also auf mir war grad ein Drecks auf der Terrasion oder so Der läuft grad Richtung des Redwood, was das sein soll Ja, Wolfe ist hinterher Wolfe ist hinterher Das ist, glaub ich, Schneegebiet Das ist, glaub ich, Schneegebiet Ja, Schneegebiet Okay, das war's dann, glaub ich Was ist jetzt schon am Schneegebiet? Alter Ja, ich hab ihn weg Ich muss ihn weglocken, hallo? Ja, 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 Chris Ich hab zwei Wölfe, einen Terricin und einen Rex hinter mir Ja, deswegen locke ich ihn weg, weil die auch hinter mir waren Wo sind die Scoobers? Die waren die ganze Zeit in dem Farricator Wahrscheinlich hatte Impi einen dabei, wo er gestorben ist, oder? Nur einer Ja Es waren mehr Es fehlen mehrere Vier Stück Oh fuck, hier ist unser Megaluzeros von dem auch immer Ja, da sind wir sich drauf Wer hat noch Scoobers? Antwort Oh nein, ich stacke in Rino Ich stacke in Rino Ich stacke in Rino als off Ach, du bist das Von der Base ist es nicht Ja, moin, Alter Hab ich gekillt Ab ich gekillt Ab ich gekillt Ab ich gekillt Ab ich gekillt Alter, was macht der Rex für'n Damage? Full Rüstung 2-Hit Ja, ja, ich hab aber den Rino-Fahrer runtergeschossen Okay Alter, WTF, ich bin einfach instant den scheiß Rino-Mustag Betäubt, ey, hast du ihn betäubt oder getötet? Getötet Soll ich mit Raketen aufs Rino schießen? Ja, down machen Mach's gut, das Ding muss weg Guck mal, dass er meine Leiche lootet Das Rino muss weg Das Ding ist rum Ja, Flossen und Tank kriegste 2 Tanks oder 1 Ich weiß nicht, ob wir mit Rechsen kommen Ich glaub, dass Schwarz sind Ja, ja, ich weiß nicht Ich mach Splatt, ich mach Splatt Nice Ist tot? Ja, ja Gut, Jungs, gut Wie sieht's aus mit deinem Hirsch? Pass down, pass down Lass den Wolfen den Versuch noch wegzukommen, wenn ich mir nicht will Ich fiel die ganze Zeit nur wieder auf Half-Life hoch, Alter Ich fiel die ganze Zeit nur wieder auf Half-Life hoch, Alter Ich warte halt auf meinen Wolf, ne? Vorher geh ich geperle holen Lebt unser Giga noch? Ja, ja Oder Menschen, die neue Tame, wo man wollt Ne, unser bestehender Der steht Könnt ihr da noch? Und komm ich jetzt wieder Ja, wir kämpfen da noch Und komm ich jetzt wieder Wie lasst genau daneben Hilfe wird echt geschossen Nein, nein, nein Nein, nein Ja, ich muss mich auch füllen Oh, die Liege ist weg irgendwie Er hat die Bola Warte, warum war die Bola so schnell weg? Er hat sich wahrscheinlich daneben gestellt und removed Ja, das ist halt gerade einfach nur PvP-Action Also wir gewinnen da halt nichts, aber die verlieren halt auch was Und sozusagen gewinnen wir dadurch was Tack, ey, die versuchen halt zu looten Die haben Ausrüstung und Ausrüstung Ja, wir haben hier Und Zeit, in der wir auch fahren könnten Ja, und wenn wir den hier lassen Können wir gleich aufhören Wenn wir den Giga kriegen, haben wir aber was gewonnen Ah, den zu betäuben? Toll Viel Spaß beim Narco-Berrys-Farm Seid ihr gerade genau? Wir haben Stegos, das ist kein Problem Wie viele Pfeile braucht der, wenn der Low-Level... Oder der Relativ-Low-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level-Level Ne, der ist jetzt wieder ans Wasser gerannt, aber ich... Der ist genau am Wasser Ok, ich komm hin Das ist Terry auch, oder was? Waaah, das ist jetzt weggerannt, nachdem ich's angegriffen hatte Ich beschäftige einen Wolf und einen Rex die ganze Zeit Ich steh direkt hinterm Giga Wenn du's schaffst zu bowlern, dreh direkt einen Rund und schießen mit Rocky drauf, dass der Spieler stört, weil... Der Wolf ist da Ja, ich hab dem Spieler eigentlich eine Schei-Rakete schon gesehen Hier ist ein Frosch Echt? Wo? Am Wasser? Ja Ja, ja Ich geh hin Ist er Frosch Ja, lass ihn Das ist wahrscheinlich die Giga Hast du die Giga? Hast du die Giga? Ich sag's halt, ich sag's, ich geh hin um das zumal, dass die Giga sind Alter, die haben so richtig schnell recht, pass auf Oh ja, ich sehe, oh fuck Alter, scheiße Alter Ich so, man Den haben die das Geld, die Anden neu das Geld Warte Ich stehe nie in Locken zu, Jayser, bitte Nee, guck mal bitte, ob hier nirgends noch ein anderes Tag geht Es ist immer noch nie, die Giga sind Da ist, die müssen einfach nur hier aus dem Strand hinlaufen Ah, ich sehe es, die Giga sind Dann holen wir den Giga her Hilfe mal kurz mit den Viechern hier. Soll ich ihn anschießen, den Giga? Ja, gleich, wenn die Viecher tot sind und mein Effekt weg ist. Ich weiß aber nicht, ob ich schnell genug bin. Das finden wir jetzt gleich raus. Würde ich mal brauchen. Hände gucken nur nach dem Akku fallen. Seid ihr schon im Schneegebiet? War das Tärnig jetzt im Schneegebiet? Komm, renn. Ah. Hä? Der was? Ah, wow, Kompon-Bau. Ah, okay, die Rechse kommen. Wieso, bist du? Ja, ich werde sterben. Der ist ein Giga, aber der kommt nicht. Ich sack in einem Kalikotherium, ey. Pass das nicht, ey. Ey, die macht, alter. Die machen verkackstige Schaden. Der will gerade Richtung Rechse laufen. Wir müssen den jetzt kriegen, alter. Wenn der jetzt in die Richtung läuft, läuft der weg vom Rechse. Wo ist denn der? In die Richtung, da wo die Rechse sind. Dort am Wasser unten, äh, runter. Lechse kommt! Fuck. Weil wenn wir es nicht schaffen, die im PvP zu schlagen, wieso wartet ihr nicht bis sie ihn betäuben und tötet dann den Giga? Ja, das ist ja echt schlau. Daran habe ich sie ganze Zeit gedacht. Der Giga wacht auf, wenn man ihn angreift, glaube ich. Also wenn er zu viel Damage kriegt. Ja. Dann ist er entweder noch in deren Cage oder tötet sie alle, weil sie drumherum stehen. Oh, der erste Rakete für... Der wacht nicht auf, der geht nur in Rage und schlägt dann da ein. Sind wir noch beim Giga-Griff? Ja, der Rex ist gerade weggelaufen. Ich hoffe jetzt, dass er kommt. Fuck. Ja, die sind schon mit drei Rexen draußen. Yo, Terry ist gleich down. Oh, ist down. Was? Weggekommen? Das Wichtigste ist einfach, dass das Rino weg ist, weil den Rino stacks so aufbrennt fest. Die verfolgen dich auch nicht. Selbst wenn... Ich lasse den jetzt nicht den Giga. Gewiss nicht. Aber einen Rino haben wir, den schon weggel. Und ein Terry-Buller hat doch Gott's Terry noch getötet. Echt? Ja, hat er Gott gesehen ist. Und den Spieler auch noch. Fiff auch allen Spieler weg. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie einen Rex tot bekommen. Chris, hier laufen die Rexe gerade nicht. Ich muss mal gucken, ob die zu mir kommen. Ja, aber der eine Rexe ist einfach da nicht schnell, Alter. Okay, also kommen sie nicht hier hin zu mir? Die haben Turrets gesetzt, irgendwo. Ja, der Giga will jeder haben, Alter. Alter, wenn wir es jetzt wirklich nicht schaffen, sollten wir nicht einfach im Chat schreiben, 150er Giga und Quartz raushauen. Ja, ja, ja. Bevor die den kriegen, Alter, die sind eh schon so gut. Die haben schon so gute Rexe und alles. Ja, und jetzt sind ich einmal angegriffen. Alter, Ente. Weißt du, wie der Terry hieß? Was? Ente. Ich habe gerade Ente gekillt. Jason, nein. Ich bin nicht. Ich bin nicht cool. Nein. Er hat mich angegriffen. Ich bin gar nicht ganz schlecht. Ich bin nicht cool.